Vielfältige Lebensformen Der Begriff der Lebensformen bezeichnet der verschiedenen Arten und mittelbaren Zusammenlebens von Menschen. Eine Lebensform ist die Zweielternfamilie, ebenso wie die Einelternfamilie, das kinderlose Paar mit oder ohne Trauschein usw. Trauschein, es ist, wenn sie verheiratet sind und haben eine Heiratsurkunde und Trauschein sind die gleichen. Auch Arten des Nicht-Zusammenlebens, beispielsweise als Single, stellen eine Lebensform dar. Erklären Sie die folgenden Begriffe. Also wir sollen diese Begriffe erklären. Single. Was ist Single? Wie lebt Single überhaupt? Wochenendebeziehung. Wochenendebeziehung, es ist, wenn man arbeitet in einer anderen Stadt und die ganze Woche in einer anderen Stadt ist. und am Wochenende kommt zurück, die Stadt, wo ihre Familie, ihre Frau mit Kindern lebt. Das ist eine Wochenendebeziehung. Oder vielleicht nicht Frau, nur Freundin. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, wir müssen es darüber sprechen. Wochenendebeziehung. noiä, das ist die gleiche. Weihung. Ehe, also wenn Mann und Frau leben zusammen. Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft, sie können zwei Studenten sein und in einem Zimmer leben zusammen. Oder da können sogar Senioren sein, die nicht mehr allein leben wollen und Ende des Lebens, sie finden jemanden, die ihre Wohnung oder ein Zimmer mitteilt. Wohngemeinschaft. Zusammenleben ohne Traurschein. Wie ist das Leben zusammen, wenn Leute zusammenleben, aber ohne Heiratsurkunde? Also für sie, es ist keine Ursache, dass sie nicht verheiratet sind mit Papier. Geschieden sein. Geschieden, wir kennen, wenn Leute heiraten, danach scheiden sie sich, sie sind geschieden. Verwittert sein. Verwittert, das ist, wenn Mann oder Frau sind gestorben. Stiefvaterfamilie. Stiefvater, wenn Vater und Mutter sind geschieden oder einer von ihm ist gestorben und jetzt Mutter hat mit anderem Mann Beziehung. Und das heißt Stiefvater. Kurzzeitmutter. Kurzzeitmutter, weiß ich nicht, was ist das? Zwei Elternfamilie. Das ist Patchworkfamilien vielleicht. Zum Beispiel Vater und Mutter sind geschieden und jetzt Vater hat andere Frau gefunden und Mutter hat andere Mann gefunden. Und Kind bleibt zwischen. Also das heißt, sie hat zwei Elternfamilien. Und kinderlose Erbpaar. Erbpaar, die keine Kinder haben. Wir können es so besprechen. Also wie ihr merkt, Lebensform ist ganz, ganz ein großes Thema. Und wir können nach und nach über alles sprechen, Vor- und Nachteile diskutieren, vielleicht unsere eigene Erfahrungen mitteilen und Situationen in unserem Heimatland sprechen. Dankeschön, dass Sie bis zum Ende gehört haben. Dankeschön.